Am Sonntag tritt Laura Ferrara in Manila am Final der Miss Earth gegen 90 Konkurrentinnen an. Das richtige Outfit für diesen großen Abend hat sie bereits. Sie tritt in einem speziellen Schweizer Kleid auf. Das Gehen darin bereitet ihr noch etwas Mühe. Ich muss mich erst noch an das Kleid gewöhnen, lernen mich darin zu bewegen und dann werde ich mich sicher ganz toll darin fühlen. Zum ersten Mal ist bei der Wahl eine Schweizerin mit dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017